Sind Sie sehr enttäuscht von dieser Niederlage hier in München? Ja, natürlich sind wir sehr enttäuscht. Wir hatten große Erwartungen hier für dieses Spiel, aber das Spiel ist sehr schlecht gelaufen für uns von Anfang an. Wir hatten den Ball nicht und natürlich ist es sehr schwierig, ein Spiel gegen eine solche Mannschaft wie Bayern zu machen. Dann haben wir große Probleme gehabt. Wir haben versucht, das zu ändern in der zweiten Halbzeit. Und ich denke, in der zweiten Halbzeit haben wir uns etwas verbessert. Aber leider, wir haben das Spiel einfach in den nächsten 20 Minuten verloren. Das ist natürlich ein ungratulter Glückwunsch an Bayern München. Vielen Dank. Also sieht auch ziemlich mitgenommen aus, der Herr Lopetegui. Die übrigens genauso wie Pep Guardiola, der ja auch nachspielen immer am Ende seiner Kräfte ist. Aber es ist kein Wunder, wenn er so an der Coaching-Linie so aktiv ist. Jawohl, hast du gehört? Ja. Ja.